Der ist drin, Ausgleich hier für die Dart Devils. Wir schalten mal wieder rüber zur nächsten Begegnung. 3 zu 0 jetzt hier für die Seenbach-Data. Dominik Keller gewinnt 3 zu 0 hier über Markus Schwan. Somit 1 zu 0 für die Seenbach-Data. Ein Daraus-Bull jetzt hier für Oellerich. Knapp vorbei. Habe ich jetzt nicht schnell genug gescheitert, weil ich erstmal gucken musste, was hat denn Demun so geworfen. 2 zu 0 für die Seenbach-Data jetzt hier. Game Shot in the Match für Julian Oellerich hier jetzt. Somit Spielstand 1 zu 1. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.